Hi und herzlich willkommen bei Stay Geeky. Mein Name ist Dennis Matthias und heute möchte ich dir gerne Merchants Corp vorstellen. Das ist ein Spiel von Final Frontier Games für ein bis vier Spieler im Alter von 14 Jahren oder darüber mit einer Spieldauer von 60 bis 90 Minuten. Merchants Corp ist ein asymmetrisches Spiel, das heißt es spielt sich für jeden Spieler ein bisschen anders. Wir sind Händler und verkaufen unsere Waren. Wie wir diese Waren produzieren, das unterscheidet sich allerdings maßgeblich. Jeder Spieler übernimmt einen Beruf und jeder Beruf hat einen ganz eigenen Spielmechanismus. Das Spiel scheidet momentan so ein bisschen die Geister im Netz. Die einen lieben es, die anderen sind extrem enttäuscht von dem Spiel. Ich zeige dir jetzt einmal wie man spielt, damit du selbst entscheiden kannst, ob das Spiel dir potenziell gefällt und anschließend im Fazit sage ich dir dann auch was ich von dem Spiel halte. Los geht's. Willkommen zu Merchants Corp. Wir werden dir jetzt hier einen groben Regelüberblick geben und haben wir hier ein Zweispielerspiel aufgebaut. Das Brett ist etwas größer, ich werde jetzt also gleich hin und her schwenken. Das hier ist das allgemeine Brett, mit dem alle Spieler spielen. Bei Merchants Corp haben wir es wie gesagt mit einem asymmetrischen Spiel zu tun. Jeder Spieler hat eine eigene Profession, beispielsweise den Alchemisten oder den Schmied, die wir uns gleich auch noch mal beispielhaft näher anschauen wollen. Im Basisspiel sind vier verschiedene Berufe enthalten und diese stellen die Waren auf unterschiedliche Art und Weise her. Was aber alle Spieler gemeinsam haben, das ist der Verkauf dieser Waren hier auf diesem Brett. Und das schauen wir uns als allererstes an. Wir haben hier oben in der Bucht von Merchants Corp. haben wir sechs Boote stehen. Diese werden hier anlegen an diesen verschiedenen Stegen, um dann Waren zu erwerben. Das heißt, wir haben schon eine Idee, welche Kunden denn anlegen werden und welche Waren sie präferieren. Hier haben wir noch eine Auswahl an Dorfbewohnern, die wir anheuern können, die uns dann auch noch spezielle Vorteile bringen. Dann haben wir hier unten noch verschiedene Gilden. Je nachdem, wie viele Figuren, Meeple, nachher hier drin liegen und ob wir denn hier dann auch Wertungspunkte für haben, generieren wir am Schluss auch noch mal Siegpunkte oder auch am Ende der Runde, da komme ich gleich noch mal darauf zu sprechen. Diese Diebe hier geben uns potenziell Minuspunkte. So, worauf es prinzipiell jetzt ankommt, das ist hier unten der Zeitmarker. Jeder Spieler hat hier so einen Marker liegen und abhängig davon, welche Aktion ich wähle, gehe ich verschiedene Schritte mit meinem Marker hier nach vorne. Es kann also auch sein, dass wenn ein Spieler Aktionen ausführt, die zum Beispiel nur eine Sanduhr kosten, das ist hier so ein Beispiel und der andere Spieler nimmt Aktionen mit zum Beispiel zwei Sanduhren, dass ein Spieler mehrfach hintereinander dran ist. Eine Aktion, die zum Beispiel alle gemeinsam haben, ist das Anheuern von diesen Dorfbewohnern. Schauen wir uns das Ganze einmal an. Gehen wir jetzt mal davon aus, wir würden uns jetzt zum Beispiel hier diese Dame anheuern wollen. So kostet uns das eine Zeit. Wir gehen also einen Schritt weiter und hier eine Korruption. Für die Korruption ziehen wir so eine Karte. Das heißt, wir bekommen am Ende des Spiels für jedes Korruptionssymbol, was wir haben, das multipliziert mit der Anzahl der Diebe hier in dieser Gilde Minuspunkte. Das heißt, hier würden wir schon minus vier Siegpunkte bekommen. Das hier ist ein Symbol der Nobles. Und dafür bekommen wir für jedes Symbol multipliziert mit den Adeligen hier Siegpunkte. Diese Karten können wir im Laufe des Spiels auch wieder loswerden, beispielsweise mit der Sonderfähigkeit dieser Karten. Die erlauben uns eben halt Korruptionskarten abzuwerfen. Die haben uns jetzt hier diese Lady genommen. Die gibt uns eine kleine Ware vom Typ Grün. Im Spiel gibt es vier verschiedene Warentypen. Das sind diese vier verschiedenen Farben. Grün, Rot, Blau und Gelb. Und davon gibt es immer kleine und große. Blaue und Gelbe sind generell seltener. Deswegen sind die vier und acht Siegpunkte wert. Grüne und rote sind häufiger. Deswegen sind die drei und sechs Siegpunkte wert. Dadurch, dass wir diese Dame angeheuert haben, bekommen wir jetzt also schon eine kleine grüne Ware. Jeder Beruf hat zusätzlich noch so eine Leiste. Und wir dürfen die jetzt erworbene Karte hinter irgendeine dieser Aktionen platzieren. Also beispielsweise hier. Die Aktion dieser Dame ist einmalig. Die wird jetzt also verdeckt. Wir haben noch als andere Fähigkeit, dass wir diese Leiste hier aktivieren dürfen. Und überall wo eine Karte liegt, wird die Aktion ausgeführt. Also hier dürfen wir dann beispielsweise eine Korruptionskarte ablegen. So, wir haben unsere Aktion ausgeführt. Jetzt dürfte der Gegenspieler seine Aktion ausführen. So beispielsweise. Überschreiten wir so ein Feld hier. Dürfen wir aus diesem Beutel eine Figur ziehen. Haben wir jetzt zum Beispiel eine rote Figur gezogen. Und jetzt gehen wir einmal nach oben. Und diese dürfen wir jetzt in eins dieser Boote platzieren. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wie gesagt, das sind die verschiedenen Kunden, die die Waren erwerben wollen. Wir haben jetzt eben schon gesehen, wir haben eine grüne Ware erworben. Jetzt haben wir hier zum Beispiel schon Kunden drin, die an grünen Waren interessiert sind. Wir sind also auf jeden Fall daran interessiert, dieses Boot anzulegen. Das können wir zwar auch darauf setzen, dass wir eventuell noch weitere grüne Figuren aus diesem Beutel später ziehen. Aber wir gehen es einfach mal davon aus, wir möchten jetzt zum Beispiel die rote Figur hier platzieren, um möglichst schnell dieses Boot anzulegen. Gehen wir davon aus, wir würden jetzt noch eine Figur platzieren. So dürfen wir dieses Boot an einen der Stege anlegen, die sich auf der Seite der Insel befinden. Also wir haben diese beiden Stege jetzt hier zur Auswahl. Wir könnten jetzt zum Beispiel dieses Boot anlegen an diesen Steg. An diesem Steg werden nur kleine Waren gehandelt. Hier nur große Waren. Und das hier ist der Schwarzmarkt. Wir dürfen sowohl große als auch kleine Waren handeln. Erhalten aber dafür, wenn wir hier an diesem Steg handeln, egal wie viel, eine Korruption. So, diese Figuren gehen jetzt hier direkt auf den Steg. Diese Figur ist ein Dieb, wie gesagt. Wenn wir den hier auf den Steg platzieren, hat er gar keine Auswirkungen, das ist praktisch eine Niete. Wenn sie im Boot bleiben, können sie durchaus gefährlich werden. Gehen wir jetzt mal davon aus, wir würden noch das andere Boot hier füllen und würden dieses anlegen. So gehen dann sofort alle Figuren, die wir hier haben, unten in diese Gilden, die wir uns eben angeschaut haben. Das heißt, der Magier, den wir gezogen haben, geht in diese Gilde und der Dieb geht hier hin. Das heißt, dadurch wird jedes Korruptionssymbol, was wir haben, schon gefährlicher, weil das, wie gesagt, ja Multiplikatoren sind. Okay, füllen wir jetzt einmal die Boote und legen diese an. Okay, wir haben die Boote jetzt besetzt. Gehen wir mal davon aus, wir würden dieses Boot noch hier an diesen Steg setzen, haben damit dann nämlich jetzt hier viele grüne Figuren und dieses würden wir hier anlegen. Also hier macht es dann beispielsweise Sinn, große rote Waren zu verkaufen. Diese gehen, wie gesagt, hier unten in die Gildenhäuser. So haben alle Spieler hier nachher mit ihrem Marker dieses Market Phase Feld betreten oder überschritten. So kommt es jetzt zum Handeln. Das gucken wir uns hier oben dann noch einmal an. Wir dürfen jetzt bei jedem Steg unsere Waren verkaufen. Das überspringen wir jetzt einfach mal. Wir gucken uns dieses Beispiel an, weil wir ja eben hier zum Beispiel eine grüne Ware produziert haben. So bekommen wir drei Punkte multipliziert mit den Kunden, die jetzt hier angelegt haben. Das heißt, für diese Ware bekommen wir zwölf Punkte. Haben wir alle unsere Waren verkauft, so bekommen wir noch Punkte für jedes Sponsorship, was wir haben, das schauen wir uns jetzt gleich noch an, bei diesen Gildenhäusern. Gehen wir jetzt mal davon aus, wir hätten jetzt zum Beispiel ein Sponsorship bei diesem Nobles hier. So bekommen wir einen Siegpunkt für jeden Nobel, der hier drin liegt. Also zwei Punkte. So, das ist im Prinzip jetzt schon dieses allgemeine Brett. Jetzt zeige ich dir einmal die Berufsbretter. Du siehst jetzt hier die Schmiede aufgebaut. Im Prinzip hat jeder Beruf beim Merchants Kauf einen anderen Spielmechanismus. Bei dem Schmied haben wir es mit einem Würfelmanipulationsmechanismus zu tun. Dann gibt es auch noch zig Erweiterungen. Beispielsweise das Orakel hat ein Roll and Ride Mechanismus. Dann gibt es noch den Dragon Ranger. Da spielen wir Mankala und so weiter und so fort. Unsere Aufgabe ist es jetzt nun, hier mit diesen Würfeln, die sich in unserem Vorrat befinden, diese Schmieden hier zu befüllen. Wir haben vier verschiedene Schmieden. Mit diesen beiden Schmieden produzieren wir große Waren. Mit diesen Schmieden produzieren wir kleine Waren. Das hier ist unser Aktionsmarker, dieser Schmied und wir platzieren ihn in unserer Runde auf eins dieser Aktionsfelder. Das hier unten, das ist im Prinzip das Anheuern der Dorfbewohner, was wir uns eben angeschaut haben. Da bezahlen wir dann die Sanduhrkosten, die eben bei diesen Bewohnern stehen. Wir gehen jetzt einmal hier hin, möchten gerne diese Schmiede füllen und wir haben hier oben Vorgaben. Also wenn wir also blau und gelb produzieren wollen, so müssen wir hier eine Summe erreichen von sechs oder darunter. Haben wir acht oder sieben, können wir das ebenfalls tun bekommen für Korruption. Hier brauchen wir, um grün oder rot zu produzieren, acht oder niedriger. Bei zehn oder neun bekommen wir Korruption. Wir müssen dann auch den entsprechenden Würfel platzieren. Das heißt, wenn wir jetzt hier unsere grüne fünf platzieren, haben wir mit diesen Kohlewürfel zusammen, die bleiben immer hier fix drin, ein Wert von acht, was genau hinkommt. Wir platzieren jetzt allerdings nur erst einmal die Würfeln. Die Ware wird noch nicht produziert. In unserer nächsten Runde könnten wir uns auch dazu entscheiden, eine große Ware zu produzieren. Beispielsweise gehen wir hier hin und möchten jetzt zum Beispiel eine rote Ware platzieren. Dann müssen wir den Würfel hier oben platzieren. Das ist dann die Farbe, die uns die Ware vorgibt und einen zweiten Würfel hier unten hin. Damit haben wir eine Summe von elf, sind also über zehn, würden das also auch erreichen. Dann könnten wir hier noch zum Beispiel hingehen und dürfen einen unserer Würfel hier rein platzieren. Damit dürfen wir gleich einen dieser Würfel entfernen und damit bekommen wir dieses Sponsorship, was ich eben erwähnt habe, plus wir bekommen auch noch weitere Würfel, die wir in der nächsten Runde verwenden dürfen. Würden wir jetzt mit der nächsten Aktion hier auf die Produktion gehen, so dürfen wir alle Schmieden, die wir befüllt haben, nun auslösen. Wir dürfen also jetzt hier zum Beispiel die kleine grüne Ware produzieren und hier die große rote Ware. Diese Würfel kommen dann hier raus und mit diesem Würfel dürfen wir jetzt einen dieser Würfel hier entfernen, egal welchen. Wir haben uns eben die Nobles angeschaut, dann entfernen wir den einmal. Damit haben wir den Sponsorship für die Nobles. Und jetzt hätten wir dann eben halt auch zwei gelbe Würfel, die würfeln wir und das sind dann unsere nächsten Würfel für den Vorrat. Dadurch, dass wir jetzt niedrige Augenzahlen haben, können wir als nächstes am besten kleine Waren produzieren. Jetzt haben wir ja hier diese Kohle Würfel, die uns ja im Prinzip schon feste Werte vorgeben. Gucken wir uns noch einmal diese Leiste an, sondern hier mit einer Aktion, die uns auch erlaubt, diese Kohle Würfel zu manipulieren. So, das ist der Schmied. Schauen wir uns auf die Schnelle noch einmal den Alchemisten an. Hier sehen wir jetzt den Alchemisten und wie gesagt haben wir es mit einem ganz anderen Spielmechanismus zu tun. Wir müssen im Prinzip diese Murmeln hier unten in unsere Kessel befördern und damit dann hier diese Tränke brauen. Wir nehmen unsere Alchemistin, platzieren sie jetzt hier zum Beispiel auf dieses Feld, müssen dafür zwei Zeitseinheiten bezahlen und dürfen dann aus dieser Zeile uns eine Farbe auswählen, beispielsweise jetzt gelb und dürften alle gelben Murmeln nehmen. Alle Murmeln, die dieser Farbe, die dann auch in diese Zeile rollen, dürfen wir ebenfalls nehmen. Ebenso auch diese Schwarzen. Diese dürfen wir jetzt beliebige unten auf die Kessel verteilen, beispielsweise so und dürfen den Schwarzen auch noch hierhin platzieren. Schwarze Murmeln können eine andere Farbe aus dem Pot kopieren. Jetzt würden wir Murmeln aus diesem Beutel hier nachziehen und hier oben in diesen Dekanter werfen. So, gehen wir davon aus, wir würden dann in der nächsten Runde unsere Alchemistin hier platzieren und zum Beispiel blau wählen. Dann nehmen wir hier jetzt die blaue Murmel, platzieren diese hier in diesen Topf. Würden wir dann als nächstes brauen, so dürfen wir hiermit, wenn wir drei Murmeln einer Farbe haben, einen großen Trank produzieren und damit dürften wir jetzt einen kleinen blauen Trank produzieren. Wenn wir schwarz benutzen, geht er in diesen Topf hier, kommen wir irgendwann hier oben hin, bekommen wir dafür Korruption. Wir können diesen Topf aber auch reinigen. Haben wir irgendwann nur schwarze Murmeln oder Steine in so einem Pot, explodiert das, das geht alles automatisch hier rein. Diese schwarzen Steine gehen hier unten in den Pot, indem wir irgendwelche drei Zutaten aus einem Topf abwerfen, also beispielsweise wenn wir jetzt hier rot, grün und blau drin hätten, können wir diese drei abwerfen und würden dadurch dann nämlich hier oben diesen schwarzen hier rein bewegen. Das ist immer ein Joker, der wird auch nicht entfernt und dadurch haben wir hier auch dieses Sponsorship aktiviert. So, das nur als zwei Beispiele für zahlreiche Berufe, die es gibt bei Merchants Corp. Im Grundspiel sind wie gesagt vier enthalten. Es gibt noch drei Erweiterungspacks momentan. Das ist Merchants Corp. Schauen wir uns die erste Produktionsqualität an, denn da gibt es etwas, was mich sehr geärgert hat und das wirst du jetzt hier gleich sehen. Die Pappqualität ist extrem schlecht. Also leider egal wie vorsichtig man mit dem Spielmaterial umgegangen ist. An mehreren Stellen reißt die Pappe, sie bricht und das hat wirklich wehgetan beim Falten des Spielmaterials dieses Knistern zu hören, wenn diese Pappe auseinander geht. Lässt sich alles reparieren und kleben. Aber ganz ehrlich, liebe Mitarbeiter von Final Frontier Games, an falscher Stelle gespart. Denn ansonsten ist das Spielmaterial ja wirklich bombastisch. Also wir haben hier bedruckte Miepel. Allein für die verschiedenen Berufe. Die Würfel sind toll von dem Schmied, die Murmeln von der Alchemistin und so weiter. Es gibt Double Layer Boards. Die ganze Produktionsqualität ist klasse. Ja und die Illustration sind von Michael Dimitrievski, besser bekannt als The Miko. Ich finde sein Artwork einfach grandios. Ist natürlich ein rein subjektives Empfinden, aber er ist ja ein sehr beliebter Illustrator. Ich denke mir, damit bin ich auch nicht alleine. Der hat Spiele gemacht wie West Kingdom Reihe Raiders of the North Sea oder Monsterlands und so weiter. Ich sehe seine Illustration immer sehr, sehr gerne und ich finde das wertet das Spiel hier auch extrem auf. Also Produktionsqualität bombastisch sieht man mal von der wirklich minderwertigen Pub-Qualität ab. Ja, wie gesagt, das Spiel bekommt ja von vielen Leuten Kritik. Und der einzige Kritikpunkt, den ich da eigentlich immer raushöre ist, das Spiel ist mir zu simpel. Und was ich da immer so raushöre, das ist eigentlich, dass es von so selbsternannten Experten-Spielern ist, die eigentlich eine hohe Komplexität gewünscht haben von dem Spiel. Weil sie wahrscheinlich gehört haben, oh asymmetrisches Spiel, wird sein wie Root oder andere Spiele. Ähm, das möchte das Spiel aber gar nicht sein. Denn es, also in meinen Augen ist das Spiel mega. Vor allen Dingen dafür, was es tut und sein möchte. Es macht nämlich eins sehr clever. Diesen asymmetrischen Teil auf den, auf dieses Spielbrett der einzelnen Spieler zu beschränken. Man hat dann also wirklich ein Minigame, was man dann losgelöst spielt von allen anderen Spielern und den Teilnehmern in der Mitte hat. Der ist nicht asymmetrisch. Und da sind die Regeln für alle gleich. Und das hat den Vorteil, dass man nur die Regeln von dem Hauptspielbrett leeren muss und die Regeln des eigenen Berufs. Während man also bei Root in anderen asymmetrischen Spielen alle Fraktionen erst lernen muss und alle Fraktionen verstehen muss, um das Spiel gewinnen zu können, reicht es hier vollkommen, die eigenen Regeln zu beherrschen. Und das macht es wirklich zu einem hervorragenden Gateway-Game, insbesondere in so asymmetrische Spiele. Also wenn ein Spieler noch nie ein asymmetrisches Spiel gespielt hat, ist das der perfekte Einstieg, weil wirklich die Lernkurve hier dann auch so gering ist. Und der Teil in der Mitte bietet sehr viele Entscheidungen auch, die ich treffen muss, viele taktische Möglichkeiten, dass ich eben halt die Kunden beeinflussen muss, wer geht ins Boot, dass ich gucken muss, dass ich möglichst das Boot selbst steuere und an den entsprechenden Steg steuere. Je nachdem, welche Mitarbeiter ich anheuere, baue ich mir hier auch eine Engine auf. Ich muss gucken, dass ich die Mitarbeiter und auch die Diebe in dem Lair oder eben halt auch in diesen Gildenhäusern steuere, denn je nachdem, welche Karten, ich habe auch diese Corruption Cards, gibt mir das am Ende des Spiels Sieg oder eventuell auch Minuspunkte. Das heißt, hier gibt es viele Sachen, die ich berücksichtigen muss. Und was dann die Berufswahl angeht, also habe ich jedes Mal die Wahl, mir einen anderen Spielmechanismus auszusuchen. Ich kann jedes Mal entscheiden, heute habe ich Lust auf Dice Manipulation, heute möchte ich gerne Mankala spielen, heute möchte ich Roll and Ride spielen, heute möchte ich Potion Explosion spielen. Und das macht das Spiel so unheimlich abwechslungsreich. Im Grundspiel sind vier verschiedene Berufe drin. Es gibt noch Erweiterungen mit drei weiteren Berufen. Das macht sieben verschiedene Spiele. Und das macht das Spiel natürlich sehr abwechslungsreich. Der Wiederspielwert ist ja immens hoch. Und das hat auch den Vorteil, dass ich es schaffe, Spieler mit verschiedenen Vorlieben an einen Tisch bringen zu können. Wenn der eine lieber Würfel in seinem Spiel sieht und Würfel gerne manipuliert, spielt er eben halt den Schmied. Dann gibt es eben die Möglichkeit, die anderen Berufe auszuprobieren. Den Captain oder den Chronomaster oder wie auch immer. Und wie gesagt, man kann entweder seine eigenen Vorlieben hier finden und das spielen oder einfach auch immer mal wieder wechseln. Und das macht das Spiel wirklich zu einem sehr, sehr guten Einstieg und schafft es eben halt auch verschiedene Spiele an den Tisch zu bringen. Und es ist halt so mittlerer Komplexitätsgrad und dafür macht es das Spiel einfach perfekt. Wie gesagt, es ist einfach auch clever, diesen asymmetrischen Aspekt hier rauszunehmen, einfach weil es die Lernkurve reduziert. Und weil das Spiel für mich wirklich in dem Bereich alles richtig macht, was es eigentlich richtig machen will. Neun von zehn Punkten für Merchants Koff. Sehr, sehr große Empfehlung. Solltest du dir auf jeden Fall mal anschauen. Dann danke ich dir fürs Zusehen. Sag bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Stay geeky. Ciao. 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 Ciao.